Was haben Sie mit meinem Bauch gemacht? Etwas sehr Spezielles. Es heißt, wir Menschen nutzen nur 10% unserer zerebralen Fähigkeiten. Ich habe mir erlaubt, ein paar meiner Kollegen herzubitten, um ihren Fall zu diskutieren. Er wurde an Bordel mit Drogen eingesetzt. Sie müssen ihn entfernen. Er ist undicht. Wodurch ich 28% meiner Gehirnkapazität nutzen kann. Seit wann schreibst du denn auf Chinesisch? Seit einer Stunde. Ihre Gehirnkapazität wächst mit jeder Minute. Mit diesem Wissen können Sie Geheimnisse entflüsseln, die über unser Universum hinausgehen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Menschheit dafür bereit ist. Was passiert, wenn sie die 100% erreicht? Ich habe keine Ahnung. Lucy. Ab 14. August im Kino.